Was geht ab, Jungs? Was geht ab, was geht ab? Yo, yo, yo! Neues Kapitel einfach, ja, ich hab irgendein Intro benutzt einfach, ich hab nix gefunden. Ich hab das einfach genommen und da ein Scheiß drauf. Das scheint ja krass. Ja, Bruder, ich hab nix in meiner Wohnung außer Tisch und nen Stuhl. Also, was erwartest du? Ja, gut, also wie ihr sehen könnt, es scheint schon mal richtig. Geht sogar, aber ich glaub, naja, okay, wenn ich in die Richtung rede, dann ist es krank. Ja, neues Kapitel geht los. Äh, das ist, ich schieb grad aus meiner ersten eigenen Wohnung, Digga. Das gehört mir einfach, das, was ihr hier seht, gehört mir. Bleib wie du bist, du Ratte. Ich miete es, ne, aber es gehört mir ja trotzdem jetzt gerade, oder? Ja. Oh mein Gott, ah, guuuu. Äh, war ne Roomtour? Das ist ne sehr gute Frage, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich das machen will. Also, scheiß ich einfach drauf und zeig mich einfach random alles? Oder warte ich wirklich auf die YouTube Roomtour? Aber das dauert halt locker noch drei Monate, Digga. Real Talk, das dauert locker drei Monate. Wo ist der Herman Miller? Bruder, ich hab den erstbesten Stuhl genommen, den ich gesehen hab. Guck mal, wie der aussieht. Digga, einfach ein X da drin. Keine Ahnung, denn der Stuhl ist überhaupt... Der ist richtig ungewöhnlich, der ist so scheiße. Und ich kann nicht... Guck mal, der Stuhl ist sogar... Das Teil hier... Also ich hab alles... ...auf Maximum runter. Und das ist tiefer als das. Was eigentlich ja nicht juckt. Aber ich will halt... Weil meine Lene... Die ist so weit hinten... Will ich halt... Da an meinem Tisch. Weil ich sonst nichts sehe. Und wenn ich da an meinem Tisch will... Digga, der... Der eine, der bis ein Ticken höher ist, der kann nicht rein. Ich muss da so richtig rein. Dretchen immer. Das ist so scheiße. Lass du laut sein oder kriegst du dann vom Nachbarn aufs Maul? Digga, guter, guter Call. Alter, ich gucke... Wirklich ran... Weil ich so... Stimmen gehört hab. Guck ich ran mit meinem Spionenloch da... Aus der Tür. Bruder, vor mir... Rett da... Ich weiß nicht, Digga, das wird... Äh, das... Ich weiß jetzt schon, das wird irgendwie... Herr Meier, Digga, von ApeCrammer oder so. Bruder, alter Mann, alte Frau... Gucken sich die Wohnung direkt neben mir an. Bro, wenn die da einziehen... Ich bin gefickt, Alter. Das war's. Rett euch bin gefickt. Nein, also vor... Gerade nebendran ist noch keiner. Da ist gerade noch keiner. Aber ich glaub... Nee, so... Die sind... Die sind nicht alt alt. Die sind so... Dieses... Oh, ich bin sauer alt. Checkt ihr? Die sind nicht alt. Die sind nicht jung. Die sind dazwischen. 50 oder so. Checkt ihr? Ja, und da... Das ist over dann. Aber wir testen einfach mal. Ja! Mal gucken, ob jemand klingelt. Bruder, danke, grüß' am 17. Und Sosaku, danke, grüß' am 34. Danke, danke, danke schön. Policia kommt. Oh nein, Policia. Digga, seht ihr das da? Bro, ich muss ne T-Shirt dahin machen, damit ihr nicht wisst, wo ich wohne. Oder Retalk. Ich sag ehrlich... Ich kipp mir ne Woche und ihr wisst alle, wo ich wohne. Retalk. Das ist gar nicht so schwer. Egal. Ich versuch's so gut, wie es geht. Ähm, ja. Aber ja, das ist das, so wie, das wird mein neues Streamingraum sein. Retalk, der Hintergrund ist Arsch. Der ist richtig scheiße. Aber es klingt nicht anders. Aber, aber, ich hab erstaunlich viel Platz. Also ich dachte, ich hätte viel weniger Platz. Guck mal. Richtig, ich kann richtig weit nach hinten, Bro. Weiß nicht, wie's auf der Camp aussieht, aber das ist, das ist richtig weit. Guck mal. Ich hab richtig viel Platz, Digga. Das ist übergeil. Leak, Adresse-Leak. Oh mein Gott, du hast geleakt, Hugo. Nein, 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 Hugo, du hast geleakt. Nein, nein, nein. Ist das der GoLergy-Koffer? Äh, jo. Das ist der GoLergy-Koffer. Damit bin ich angereist. Mit den Stickern drauf, Digga. Ich mach free Werbung. Er sagt, zwei Wochen waren legit zwei Minuten. Was? Zack, zack, zack. Alles klar. Ich überlege, ob ich vielleicht das Wohnung zeigen soll. Einfach scheiß drauf. Juckt eigentlich. Bro hat Luca einen Upload, Digga. Es wird sich eh alles noch ändern. Und da kann ich direkt Content machen mit der... Ja, komm, ich zeig euch die scheiß Wohnung. Tadah. Roomtour wird sowieso eine 10 vor 10. Nein, Reetalk. Ich sag's sogar, die Roomtour wird eh eine 1 vor 10. Egal, ob ich die jetzt zeige oder nicht, sie wird eh eine 1 vor 10. 100%. Doch, wirklich, 100%. By the way, das Video von gestern... 9 von 10. Oh, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Passiert. Äh, ja, aber ihr müsst kurz warten, Jungs. Ich hab gar nichts eingestellt hier. Ich muss das alles suchen, kurz. Hört ihr alles? Fessess123. Hört ihr alles? Okay, dann wollen wir mal. Also, ich zeig mal von der Seite, weil dann seht ihr das Licht aus dem Fenster raus. Das ist mein Streamingzimmer. Hier. Äh, der Tisch hier, übergeil, finde ich. Sieht richtig, sehr, richtig, richtig, richtig geil aus. Äh, und ist selber gebaut. Hab ich selber gebaut bekommen. Äh, war günstiger. Reetalk war günstiger, als wenn ich jetzt den einfach irgendwo, guck mal, man sieht's. Der ist selber gebaut. Ähm, aber war, ist halt hundertmal günstiger gewesen und hier hätte ich gekauft. Dann hier mein Setup, richtig clean gerade noch. Äh, hab hier auch neues Keyboard geholt. Hab ich, ich hab alles selber gekauft hier. Ich hab nichts leider gesponsert bekommen. Außer der PC, äh, den, der gehört mir nicht, okay. Der ist geisteskrank, dieser PC. Der kostet irgendwie 7K oder so. Hab ich vom Management bekommen, äh, ausgeliehen. Bis ich selber einen hab. Ja, hier ist halt noch, ne. Bro, ich bin gerade eingezogen. Hier ist mein Stuhl. Hoppala, ich hab was besser gesehen. Äh, hier ist mein Stuhl. Ähm, ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Hier hab ich's. Äh, da ist ne Klimaanlage. Die hab ich aber jetzt, äh, verdeckt mit nem Tuch. Damit wir Schallisolierung haben oder so. Keine Ahnung. Digga, ich hab überall diese Knöpfe hier. Guck mal, wenn ich so mache. Ja, dann müsste, also guck mal. Da kann man drauf tippen einfach, Bro. Hier kann ich auch, ah stimmt, das kann ich machen. Also, das geht nicht überall. Okay, und jetzt, jetzt, jetzt kommt das, was sehr weird ist an dieser ganzen Wohnung hier. Das hier. Digga, das ist einfach drinnen, Bro. Das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach drinnen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen weiter. Hier ist dann Badezimmer Nummero eins. Hier steht auch WC. Kann ich hier auch anmachen. Ähm, hier ist eine Dusche, die erste. Hier ist ein Spiegel. Hab, hier bin ich. Digga, ich seh irgendwie fett aus, ne? Ich muss so machen, glaube ich. Oh, Digga, ups. So, da hab ich schon gestern direkt für alle Badezimmer, Zahnbürste, Zahnpasta. Hab ich immer gemacht, damit, falls Gäste hier kommen, die fühlen sich direkt wohl. Das ist für Gäste. Hab ich direkt gekauft für Gäste. Hier auch direkt Klopapier gekauft, gestern Abend noch. Äh, ja, das ist das erste Badezimmer. Äh, hier, Einbauschränk überall. Ihr wisst, Bibis Beauty Penance oder so, keine Ahnung. Äh, wir gehen weiter. So, hier ein Ladenkabel, weil ich noch keinen Ladenschuss hab. So, hier ist der lange Flur, wo ich gesagt hab, man, ich geh mal wirklich bis zum, bis zum Wunsch. Damit die Wien die Wende ist. Schaut euch das an. Ach, scheiße, ihr seht nix. Äh, oh. Ja, okay, warte mal, warte mal, ich... Okay, weiter geht's. Es ging? Ja, fürs Video. Also, nochmal, ich zeig euch nochmal. Das ist der Gang. Okay, wir gucken jetzt actually wie viele Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, fünzehn. Ich hab große Schritte gemacht. Okay, und jetzt renn ich mal. Bro, ich kann, ich kann hier legit, ich kann legit hier irgendwie laufen lernen einfach, bro. Das ist so lange. Okay, also hier ist Streamingzimmer. Und hier ist, hier ist Main Entrance, alright. Da direkt Streamingzimmer. Und dann ist davor direkt mein Nachbar. Ich weiß nicht, ob das Ruf gewählt war von mir. Aber und hier, hier muss ich auch wieder zumachen, warte. Ich mach direkt auch, da hinten so. Obwohl, nee. Warte, warte kurz. Hört ihr mich gut, Jungs? Die schreiben alle irgendwie Maikes Arsch oder so. Ja? Okay. Kommen wir dann, kommen wir dann zu Gästezimmer. Hier ist das Gästezimmer. Naja, schon wieder das da. Hier dann Fensterfront. Ja, hier ist halt noch nichts drin. Also was soll ich euch hier zeigen, Jungs? Hier ist, hier ist halt nichts drin. Hier auch wieder Einbaustecke. Hier, guck mal. Die haben auch alle Licht. Und die gehen dann auch wieder automatisch aus. Hier auch wieder Badezimmer. Jedes Zimmer hat ein Badezimmer. Und hier auch wieder zwei Zahnbürsten. Und direkt das hier. Und, okay, nur ein Klopapier. Für Gäste, damit sie sich wohlfühlen. Okay, dann gehen wir, also da drüben ist mein Schlafzimmer. Das zeige ich euch gleich. Da ist auch das 5000-Euro-Bett drin. Aber wegen WLAN müssen wir kurz hierhin wieder gehen. Okay, also hier habe ich lauter Sachen schon gekauft. Und jetzt ist es tricky, euch das zu zeigen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich hinstellen soll. Weil hier sind sehr viele Fenster. Sehr viel. Ich zeige euch mal so, okay? Das ist das Wohnzimmer. Hier ist das Wohnzimmer, Digga, das ist so fett. Hier, ich zeige euch so, so. Ich kann euch mehr nicht zeigen, Jungs. Hier ist die Küche, hier ist alles voll gemüllt gerade. Aber mit Kücheninsel. Hier ist die Kücheninsel. Okay, dann hier habe ich schon Sachen gekauft, alles. Milka, ihr wisst. Und hier sogar Kühlschrank. Nein, das ist so arsch zu zeigen gerade. Hier, Kühlschrank. Äh, da. Die gehört mir nicht, okay? Das will ich kurz klarstellen. Das gehört mir nicht. Ähm, Spiegelung. Ja, Mann. Oh mein Gott, Jungs. Ich habe euch gerade vorhin gesagt, okay? Bitte fuckt mich nicht ab damit. Wenn man mal was sieht, okay, juckt, schreibt sich in den Chat rein. Bro, bitte. Es ist scheißegal, wenn ihr jetzt ein paar Spiegelungen seht oder so. Bitte, ich will jetzt einfach nicht straight rausfilmen. Checkt ihr? So, und hier habe ich natürlich Obst gekauft schon direkt, gestern noch. Okay. Dann haben wir hier Tiefkühler. Okay. Äh, ja, und dann habe ich hier sehr viele Sachen gekauft, aber ich muss halt warten. Also, Kühlschrank können wir erst machen, wenn ich vorhin habe. Weil sonst, man sieht alles halt, ne? So, hier halt auch Sachen, ne? Hier, Spülmaschine. Äh, hier Herdplatte. Hier, Ofen, Mikrowelle. Hier haben wir vorhin, äh, hier haben wir letzt, äh, gestern Ofen angemacht aufs 250 Grad. Hier war alles voll mit Plastik. Hat richtig geil gerochen. Hier, Gäste-WC. Mit Seife, ich habe Seife gekauft. Und Klopapier. Okay, und hier das Prachtstück, das Sofa, Jungs. Ich habe heute Nacht drauf geschlafen, das ist richtig geil. Und dann chillt man hier so. Und da wird wahrscheinlich, äh, der Fernseher hinkommen. Also, I guess, ist das geilste, glaube ich. Hier kommt dann ein Fernseher hin. Äh, hier ist auch, äh, Klimaanlage. Die können, die kann man alles steuern mit dem Teil da, was da liegt. Äh, ja. Ja, und ich habe natürlich einen fetten Balkon. Äh, wirklich fett. Ich kann euch den aber nicht zeigen, Gux. Sorry. Äh, ich kann euch das nicht zeigen. Oh, die hier habe ich mir endlich gekannt. Die hier habe ich... Retalk, ihr denkt das wahrscheinlich wieder, ja, Weird Chip. Aber ich habe das so lange gesucht. Ich habe die so lange gesucht, weil in Luxemburg waren die alle ausverkauft. Und hier habe ich sie ja gestern random gefunden. Und jetzt sagt ihr Weird Chip, bla bla bla. Ja, ja, ne, ich weiß, teuer, hätte man auch was anderes kaufen können. Aber ich, ich habe halt die Airpods Pro, äh, und meine, die ficken meine Ohren richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich habe richtige Probleme mit den Ohren mittlerweile. Weil dieser Schmalz immer weiter und weiter reingeht und ich fast nichts mehr höre. Äh, und ich fühle, die sind halt krass, einfach. Was, was soll ich jetzt sagen, Jungs? Ich habe, da, da muss ich leider zugehen, da habe ich mir gegönnt. Was soll ich sagen? Was ich mir auch gegönnt habe, aber ich finde, das ist ein W-Invest. Äh, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. So, Staubsaugroboter, kennt ihr ja alle, ne? Bro, ich habe mir einen Staubsaugroboter geholt, der auch wischt. Digger, der Staubsauger hat alles und wischt alles. Ich muss nicht mehr wischen. Das ist krank. Wenn das wirklich funktioniert, ist krass. Das, das testen wir, äh, das Ding ist, ich lasse alles noch verpackt, weil ich will eigentlich alles im Stream auspacken, was ich mir gekauft habe. Ähm, aber ja. Das Wischen funktioniert erst, äh, Paul meint, das war krass. Paul meint, das war krass. Guck mal, und hier kann man auch immer so drüber hafern und dann weiß man, was gerade an ist. Oh, oh ja, meine Lieblingskutze habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Hier, das ist vor der Eingangstür. Und ihr seht hier schon, ähm, so eine Tür, wo reingeht und Tür, wo reinkommt. Also, das heißt, ich gehe, das heißt, ich bin wieder da. Und wenn ich hier lange drücke, geht alles aus, weil ich gehe halt. Also muss ich nicht gucken, ob irgendwie Lichtscheider noch an sind oder so. Und hier, ich bin wieder da, alles geht wieder an. Das ist krass. Ritter, krass. Okay, was wir jetzt eigentlich testen können, ist mein PC noch an? Ja, okay. Okay, jetzt switchen wir kurz auf Datenvolumen, weil jetzt zeige ich euch mein Schlafzimmer. Aber kommt, dein Bett, das ist heute angekommen. Heute Mittag. Aber ich zeige es euch gleich. Oh, wow. Das ist... Okay, so, das ist mein Bett, das ist mein Schlafzimmer. Weil es sieht halt genauso aus wie... Sieht halt genauso aus wie, äh, die anderen Zimmer halt. Die, das Bett hier kostet 5K, Bro. 5K. Ich habe noch nicht drauf geschlafen. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber das ist... Also, die Matratze ist halt teuer. Das ist halt, also... Das ist halt überarsch. Keine Ahnung. Und ich habe Balkon hier. Warte, dann könnte ich ein bisschen zeigen. Hier, Balkon. Habe ich auch hier. Da ist auch eine Waschmaschine. Da. Hier ist halt, ne, bla bla bla. Äh, und jetzt kommt das Highlight. Das Highlight, okay? WC. Und man hat ja irgendwie noch gar keine Badewanne gesehen, oder? Die ist ja hier! Eine Badewanne! Let go! Damit ist in der Schad. Damit ist in der Schad, Bro. Let go! Äh, na gut. Kein Fenster, ja, das fackt mich auch ein bisschen ab. Das fackt mich auch ein bisschen ab, dass, äh, die Badezimmer kein Fenster haben. Man kann nicht alles haben. Ja, das ist raus. Das war meine Wohnung. Wo ich jetzt, äh, leben werde. Das fackt mich auch nicht ab. Das fackt mich auch an, das fackt mich auch an. Vielen Dank.